herzlich willkommen hello soulmate community vielen dank dass du eingeschaltet hast ich hoffe du hattest einen schönen ersten advent und eine schöne vorweihnachtszeit für mich war es the first december week birthday week ich hatte geburtstag wir waren in hans im glück oh mein gott ich liebe diese berger also diese berger sind einfach meine lieblingsberger und ich habe zwei berger aufgegessen ich hatte einmal das mit avocado und ich fand das so cool und ich wollte unbedingt noch ein anderes probieren im vergleich und die waren wirklich richtig richtig lecker so viel zu dem essen auf jeden fall war bei mir wirklich viel los und die woche war busy ich habe so viele ideen und einige dinge die ich noch klären musste und ich habe noch sehr viele sachen versucht deswegen hatte ich ein paar tage pause mit dem podcast ja ich liebe es einfach zu lernen und neue sachen auszuprobieren das ist wirklich richtig cool das heutige thema ist manchmal schickt dir das universum probleme damit du mehr daraus macht das ist wirklich in zehn wie das universum wirklich sich einfach spontan plötzlich sage ich mal einen moment aussuchst wo du überrascht bist und dir diese probleme schickt damit du mehr daraus machst vielleicht kennst du schon die die frage die du dir die du dir immer stellst warum ist das leben so hart man fragt sich selber wieso ist das so und man kann das alles nicht verstehen wie krass oder wie es heftig ist was alles da draußen passiert und wenn das univers wenn das universum die ein problem schickt und dann möchte das universum dass du wächst kreativer wirst dich fragst was kann ich noch mehr tun damit ich eine bessere version werde und oder vielleicht ist dieses problem da damit du dein negatives umfeld beziehungsweise diese menschen verlierst damit du dir komplett ein anderes und neues leben erschafft wo du mehr wächst wo du mehr lernst und glücklicher wirst und das tust was deiner seele gut tut und mehr motiviert bist neu zu starten irgendwas anzufangen wenn das problem nicht so krass wäre dann würdest du halt nicht diese motivation haben um etwas zu starten dann würdest du einfach so wie vorher dein leben leben und dir wäre alles egal und du hättest quasi diese learnings nicht gehabt dass du auf die idee kommst und deine neue talente zu entdecken die du vorher niemals ausprobieren würdest es sind keine probleme sondern learnings beziehungsweise erfahrungen die dich weiterbringen die dich wachsen lassen dass du eine neue version von dir erschaffst für die seele ist alles neutral sie urteilt nicht und sie denkt nicht das ist so krass weil sie eben sich das quasi ausgesucht hat wir haben möglicherweise eine falsche vorstellung von unserem seelenplan so wir denken immer das leben muss perfekt sein alles muss toll sein ich muss der beste millionär sein so ein super millionär und nichts machen aber du weißt nicht was dein wirklicher seelenplan ist was die seele sich ausgesucht hat welche aufgaben und welche schwierigkeiten für uns ist zum beispiel ein unfall oder sage ich mal sehr schlimme dinge voll krass aber für die seele ist das neutral weil sie wollte ja eben diese erfahrung machen nur dass wir in diesen körper stecken und wir das so wahrnehmen wir nicht so viel erwartung haben und nicht diese annahmen von irgendetwas wie etwas aussehen soll dann würden wir das nicht als problem bezeichnen dann würden wir das als eine aufgabe sehen wie das alltägliche was so passiert du kriegst du kriegst auch manchmal flashbacks wieso genau das passiert ist dieses problem zum beispiel dieser unfall oder wieso gerade das in dein leben gekommen ist wenn wir jetzt bei dem unfall sind ähm merkst du dann einfach dass das die lösung ist dass genau dieses problem dich zu der lösung bringen die du schon ewig gesucht hat gesucht hast und die du schon ewig damit beschäftigt hast das universum weiß genau was du brauchst und das ist wichtig bei dem ähm thema das universum dir immer diese probleme schickt damit du wahrnimmst und erkennst dass es kein problem ist es gibt keine probleme für jedes problem gibt es eine lösung ich hoffe du hast was mitgenommen ich wünsche dir noch eine ganz ganz schöne vorweihnachtszeit und alles gute never forget verbreite positivität love vibes is everywhere wenn du positiv bist und es auch so siehst deine visionärin das ist ein